Willkommen in diesem außergewöhnlichen Ford Fusion Titanium Calero. Zu Renderhaltung steht ein CD-Radio Sound 6000 mit Lenkradbedienung und externem Aux-Anschluss bereit. Seine besondere Note zeigt der Calero mit dem Aerodynamik-Paket außen, abgedunkelten Scheiben hinten. Schicken 15 Zoll Leichtmetallfelgen, den Stoßstangen im Offroad-Design. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Im Innenraum gibt es ein Alu-Dekor, einen speziellen Schaltknauf, Fußmatten und ein Lederlenkrad. Darüber hinaus verwöhnt dieser Fusion mit einer heizbaren Frontscheibe, einer automatischen Klimaanlage, ein Lederlenkrad, Fußmatten, einem elektrisch verstellbaren Außenspiegel, dem Parkpilot hinten und dem Bordcomputer. Für Ihre Sicherheit stellen ABS und 4 Airbag parat. Kopfstützen vorne und hinten, ein Reserverad, Notrad, Nebellampen vorne und Parkpilot hinten. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autofilme gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service. Da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Besucht uns doch mal im Auto aus Wismar. Tschüss! Vielen Dank.